Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Weiter geht's. Hm, wie mache ich das jetzt hier? Du gehst da mal ein bisschen näher ran. Oh, wow. Uh, die können ein bisschen mehr schießen, öfter schießen, als wenn der andere Waffe anscheinend. Was geht das denn? Oh, oh, schwerer Panzer. Der Panzer muss weg. Das ist mein Geist. Das war's für mich. So, dieser große Panzer, da muss weg. Der muss dringend weg. Der muss dringend weg. Wenn der Panzer ist, dann geht's! Mit meinem Körper! Das war's für mich. ... ... ... ... Ah! Das war's für mich. Du gehst mal zum Panzer und reparierst ihn Weg damit Ups Jetzt ist die Frage Wie mache ich das mit dem Panzer da? Wie mache ich das mit dem? Darunter kommen Wie mache ich das mit dem Panzer da? So, Rosi, du bist dran Äh, Moment Wie mache ich das mit dem Panzer da? 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 So, der ist weg? Und weg ist er hier. Was ist das? Ich habe ihn gefunden! Ich habe ihn gefunden! Ich muss wieder zurück. Das hat ja wenig Schaden gemacht. Ein Akkonspunkt weniger vom Gegner. So, der gehört jetzt uns. Das sind sogar zwei, wie ich jetzt sehe. So, Mine weg. Ach, die können das reparieren. Das war's. So, Verstärkung. Die müssen erst mal näher kommen. Hi. Hi. So, Verstärkung. So, Verstärkung. So, Verstärkung. So, Verstärkung. So. So, den erst mal weg mortallieren. Mortallian. So, Verstärkung. 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 Du musst dich mal ein bisschen heilen. Du musst dich mal sehen. So, Verstärkung ist da. Oh Mann, Oma hat es erwischt. Da kommt der Nächste angerannt. Oh Mann, Oma hat es nicht so gut. Oh Mann, Oma hat es nicht so gut. Oh Mann, Oma hat es nicht so gut. So, ihn erst mal verarsten? Nope. Okay. Den etwas heilen, bitte. Ich habe die Begründung für die Begründung. Ich habe die Begründung für die Begründung. Halt! 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 Und hier hole ich mir jetzt ein paar Leute. Ich gar nicht die Halt! 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 Das war's für heute. Kann ich die Sachen kaputt machen? Nein! So, mit ein paar Truppen hier langlaufen. Da ist ein Panzer! Die Leute mal ihn zurückbringen! Wie kriege ich diesen Panzer da weg? Ich muss auf jeden Fall einen von denen da mitbringen! Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit weg! F2-Panzer! Das könnte zum Problem werden! Das ist ein bisschen zu weit weg! Das war's für mich. Hup! Aua! Er hat nicht gesehen, dass der da war. Wie mache ich das mit den Panzern? Ja, du hast es geschafft! Ja, du hast es geschafft! Ich habe den Krieg, da ich in die Kraft. Das war's für mich. Oh, da... Retreat... Du. Man könnte auch außen rum. Du musst mein hinterherkommen. Du musst mein hinterherkommen. Dann solltest du das nicht reparieren, sondern das... Desarmen. Das solltest du. Das solltest du denn? Das solltest du da. Das war's für mich. Nebel, Nebel, Nebel. Wengi es tu. 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 Wengi es tu.